Was geht Leute? Mein Name ist Lotte Danny B-B-B-B-B-Nitch Willkommen back zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Heute machen wir mal ein Sniper-Duell gegen euch, gegen meine Zuschauer Ich wollte morgens eigentlich ein Live-Kommentary machen Allerdings dachte ich mir, hmm, vielleicht kann ich ja mal ein 1 gegen 1 machen und spontan aufnehmen Und es war ziemlich cool und ziemlich witzig und ziemlich spannend, wer gewonnen hat Weil ihr seid, die meisten von euch sind besser als ich im Snipen Aber ich bin gar nicht so schlecht, also denkt nicht, es wäre schlecht oder so Und ihr könnt easy gegen mich gewinnen Aber ja, ich dachte mir, ich mach mal sowas Und ich will sowas öfter machen, je nachdem wie es ankommt, werde ich dann mehr 1 gegen 1 gegen euch machen Und wie ihr euch bewerben könnt, werde ich nochmal zum Schluss des Videos sagen Aber ja, viel Spaß mit dem Video Und lasst mich wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt Weil wenn ja, dann ist es episch Bin ich irgendwie übersteuert? Weil ich höre mich extrem übersteuert an, irgendwie Hörst du mich irgendwie zu laut oder so? Ja, ne? Bin ich irgendwie übersteuert? Weil ich höre mich extrem übersteuert an, irgendwie Hörst du mich irgendwie zu laut oder so? Ja, ne? Hallo, 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 hallo Bin ich irgendwie zu laut? Nein, perfekt Echt? Perfekt? Ja, perfekt Ich dachte, ich bin zu laut Weil ich höre mich in der Sprachnachricht so extrem laut an Nein, war nicht so Hier nicht so? Woran liegt das denn? Okay, wir machen 1 gegen 1, ja? Ja, ja Aber nur Sniper und Quickscopes, ja? Okay, ja, warte, da hab ich Modus Oh mein Gott Hi Hab ich euch gesagt Wie geht's? Ähm, brauchst du eigene Klassen oder? Äh, eine Klassen, ja, ist egal Wir machen das jetzt nur so So einfach so Bist du gut? Ey, kann ich mitmachen? Mitzocken? Ja, ja Ne, aber das Sniper 1 gegen 1 Ne, keiner darf mitmachen Ich will auch 1 gegen 1 gegen dich Okay Aber bitte sei nicht zu gut, okay? Weil ich hab lange nicht mehr gespielt Okay, okay, versteh schon Okay, wir spielen mit den Snipern, ne? Ja Okay Erkannt gar nichts anderes Ja, genau Voll geil, dass du geantwortet hast Ja, ich antworte nicht immer, aber ab und zu mal so Wow Ich bin doch grad mal gespawnt Ich glaube, ich merke jetzt schon, dass ich verlieren werde Wow, nice Das war ja erst, um zu warm zu werden Ne, kleiner Spaß Oh, du bist ein wichtiger Pro Wie soll ich gegen dich gewinnen? Wie soll ich gegen dich gewinnen? Ich bin kein YouTuber Das war nicht ganz ein Quickscope Ich war ein bisschen länger im Zoom, leider Aber ist nicht so schlimm, oder? Achso, stimmt Die Map ist ja an Wow Du bist der beste Gegner, den ich jemals hatte Meistens gewinn ich immer irgendwie Obwohl ich nicht Sniper Holy shit, du machst mich fertig, Alter Wow Nice Hast du den gesehen? Wow, yeah Ich gewinn gegen Pro Wie gewinn ich gegen Pro? Das kann gar nicht sein Das ist gar nicht möglich Nein Das wird ein hartes Game Du bist aufgeregt Ja Ja Ja, ich hab dir Ich hab dir hinterher geschossen Nein, what the fuck Ich will mir das ansehen Oh, ich skippe immer die Killcams Geht's dir auch so? Nice Wow 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 Ich spiel gegen Pro Ey, du bist doch ein Pro, oder? Nein Nein? Ohne Scheiß, mir kommt es so vor, als würde ich gegen Pro spielen Jetzt ohne Scheiß, du bist richtig gut eigentlich Nein Oh mein Gott Wissen wieviel geht's? Hallo? Ähm 25 25 Ja Ja, 25 Okay, okay Oh, was? Wie hast du das gemacht? Wow, Mann Will ich verlieren Ne, ich Ich nehme Gerade auf Deswegen Ja Wenn ich gewinne, lade ich das hoch Und wenn ich verliere, dann lade ich das nicht hoch Spaß So Yo Holy shit Ich hab das Gefühl In mir verbergen sich so richtige Skills, die ich gar nicht kenne Geht's dir auch manchmal so? Ja Wow Äh, ich Ich hab schon wieder die Killcam gekippt Ich will sehen, ich will sehen, wie du mich tötest Du kannst die Killcam gar nicht anschauen, das ist der Modus so Achso, und woher soll ich dann wissen, dass du nicht cheatest? Ähm Ich spiele gut, also ich spiele nicht Ich bin nicht der Beste, aber ich Quickscope Ja, du bist nicht der Beste, du bist natürlich der Beste Du bist der Beste, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe Ja klar Doch wirklich, du bist richtig gut, ey Holy shit Yo, Hitmarker bei 30 Was? Wie geht sowas eigentlich? Wie, wie passiert sowas? Dass man Hitmarker bekommt bei 30 Das geht eigentlich gar nicht von der Spiellogik her, oder? Wow, Mann Bis 25, ne? Jo Oh, das wird Ah Ja, das war schon Okay, Mark Götter ist als Ja, ist schon okay Nein, ich war genau auf dir drauf Oh Ich schwitze in COD immer so, wenn ich das Game spiele Nice Boah, ich bin... Ey Nuke, was habe ich dir vorhin gesagt? Boah Was war's? Wie ich nicht glauben wollte Was? Wie hast du das gemacht? Das sah so aus, als würdest du in der Luft sein Holy fuck Oh mein Gott Oh mein Gott Also soll ich dich jetzt gewinnen lassen, dass du das Video hochlädst? Was? Soll ich dich jetzt gewinnen lassen, dass du das Video hochlädst? Nein, ich lasse auch so hoch Ich lasse auch so hoch, wenn mit der Aufnahme alles stimmt, weil ich nehm spontan aufhabe Nein, das war noch ein Scherz Ich lade auch was hoch, wenn ich was... wenn ich verlieren, ne? Habe ich schon genug frei für alle... Habe ich schon genug frei für alle hochgeladen, wo ich verloren habe Mann, du bist so ultra mega gut Du zerstörst mich gerade, alter Nice Ich liebe es, diese extrem geilen Queerscopes zu bekommen Ich wollte schon, du könntest die Killcam sehen, wieso ist die auch aus, die Killcam? Wo hast du eigentlich dein... wo... Wo hast du eigentlich den neuen Riegel her? Äh... von Rewe Da, wo ich alle meine Sachen herhole eigentlich Du bist auch Rewe bei uns, gibt's den neuen Riegel noch gar nicht Äh, ihr wohnt in der Schweiz, ne? Äh, ich? Nein, Deutschland Deutschland? In Deutschland, ja Wohntest du auch im Deutschen Reich? Ey, Junge, nachladen, nachladen, nachladen Wohntest du auch im Deutschen Reich, gegen den ich spiele? Nein, ich bin ein Scheidchen Du bist also kein Deutsche Du bist nicht aus dem Deutschen Reich, kann das sein? Holy Shit Nein, ja Das kann sein Nein, ja Ey, meine Zuschauer sind so lustig auch ne Scheiße Die witzigsten Zuschauer auf ganz Youtube Bei weitem die witzigsten Zuschauer auf ganz Youtube Oh Das kann sein Oh Die Oh Mann, hättest du ne Killcam, hättest du's gesehen? Oh Ha 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 Yeah Ich bin so gut Oh mein Gott Ich... Es ist schon so lange her das ich Sniper, aber jedes Mal komm ich irgendwie Vielleicht sollte ich mehr Wallbanks probieren Ja, wieso nicht? Was, man? Wie machst du das? Das ist nicht normal Du bist viel zu Pro für mich, Alter Wow 21 zu 21 Das ist so ein knappes Battle Oh, was? Ah Ich muss schon in Bewegung bleiben Und dann sterben Bis 25, ne? Ja Oh mein Gott Das ist so intensiv, das glaubst du mir gar nicht Wow, nice Ich kann noch aufholen, glaube ich Ich will nicht verlieren, bitte Achso, bist du da oben durchgesprungen Was? Du brauchst noch ein Okay, okay, komm Nein, hör auf damit, Mann Ich mag das nicht, wenn du durch die Wand schießt Achso Muss ich auch ein extrem epische Killcamp bekommen, oder was? Nein, nein Ja, oder irgendwie 3-6 oder so Wenn du Bock hast Okay, ich mach ein Free-60, ja? Das war ein Free-60? Das war ein Free-60 Eine Stunde warten, dann So, es geht ein Free-60 Oder Ja Empfindlichkeit höher Nein, oh Mann Okay, aber ich finde, du hast auch verdient gewonnen, also Ja, du hast doch nicht schlecht gespielt Danke Ich will auch Du auch? Ja Okay Ja, das war schon nicht schlecht So übel intensiv, hab ich das Gefühl, ne? So, das war so ein klassisches 1-1, ey Okay, jetzt gegen Wie heilt den Juckt's, ne? Ja, genau Vielen Dank fürs Seine Show mit dem Video Hat's euch gefallen? Die hat's nicht gefallen? Wie, die hat's nicht gefallen? Dir muss es gefallen haben Ah, nein, vielen Dank fürs Seine Show, wenn's euch gefallen hat Und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ein Like da Dann weiß ich, dass ihr mehr davon sehen wollt Anders weiß ich es nicht Und schreibt es in die Kommentare Ich liebe Kommentare lesen Aber wenn ihr euch bewerben wollt Und auch mal mitmachen wollt Dann macht es einfach so Dass ihr mir eine Sprachnachricht Eine Sprachnachricht, ganz wichtig Mit eurer Stimme Bei Xbox Live schickt Und dann machen wir ein Ice King 1 Erstmal ein Black Ops 2 Wenn ihr das in AW machen könnt Dann werde ich euch noch Bescheid sagen Aber erst mal ein Black Ops 2 Weil im Moment habe ich mehr Spaß am Black Ops 2 Und ja Also vielen Dank fürs Seine Show Mein Name ist Danny Willkommen back Bei einer neuen Folge von einem Black Ops 2 Live Commentary Ich denke es ist mal wieder